Willkommen, willkommen zurück hier bei Borderlands und bei Frau Lück und wie man sieht, Houston, wir haben ein Problem. Es geht schon wieder los. Aber wir können ja ein Facewalk machen und dann gehen die uns nicht mehr so auf den Sack. Weil die nämlich von hier aus nichts machen können. Wir können die aber verlegen. Doch, die kommen! Oh! Ups! Die Säcke! Ich fasse es nicht. Ich habe gedacht, ich bin die los. Nee, bin ich nicht. Die teilen ganz gut aus, aber wir könnten vielleicht noch Level 30 schaffen. Komm. Oh, du Königsvieh. So, und zwar... Einmal so. Hast du das gesehen? Wir laden nach. Und hier. Und komm her. Hep! So läuft das. Ja, ich glaube, das müsste ich noch mehr machen als bloß die zwei Hanseln. Mein Schild ist eigentlich gar nicht so groß, aber ich habe bis jetzt noch nicht so ein richtiges Riesenschild gefunden, was mir irgendwie hilft. Kann ich noch was verkaufen? Oder warte mal, was gibt es denn hier? Vergiss nicht, bei Marcus bekommst du Quanten zum Schuttelbrechen. Ne, brauche ich eigentlich nicht 60.000. Ihr habt ja wohl einen am Kopf. Granaten habe ich auch eigentlich genug. Was wollte ich denn dir verkaufen? Was bin ich denn? Oh, hier. Naja, gut. Aber eigentlich ist die auch Quatsch. Die kann ich dir verkaufen. Die Sniper kannst du auch bekommen. Und dieses SMG, das schenke ich dir. Das habe ich. Das habe ich. Den solchen Bringer. Die Cannon, die ist geil. Ja, die ist auch gut. Die ist auch gut. Und den Roaster. Da sind wir ausgerüstet. Den Penetrator. Oh, das klingt gut. Scharfschützenkiller. Was soll das sein? Höchst effektiv gegen Schilde. Den können wir noch... Warte mal, was ist denn das hier? Das ist ein Maschinengewehr. Oh, das müsste ich mir eigentlich mal... Das müsste ich mir eigentlich mal... Ähm... Zulegen. Dass ich jetzt im Moment den... Den hier tausche gegen... Welches war denn dieses Maschinengewehr? Das hier. Das ist vielleicht nicht so ganz dolle. Aber... Ich denke mal, das könnte mir helfen. Wenn es nichts bringt, dann nehmen wir es nicht. So, und wir wollten... Zu Tennis. Wo müssen wir denn da hin? Tennis, Tennis, Tennis. Wir gehen mal nach New Heaven. Vielleicht bin ich da richtig. Ich weiß es nicht. Ach, ich trinke gerade mal ein Schlückchen Kaffee. Wenn das stört, dann kann ich das ja kommentieren. Aber es ist mir eigentlich Boogie. Boogie. Heißt bei uns immer, es ist mir egal. So. Und jetzt? Wo muss ich hin? Ne, ich bin hier verkehrt. Ach, shit. Da muss ich ja wieder irgendwo hin. Lost Cave. Let's do mine. Titans End. Hallé. Wir gehen mal da hin. Retro's Landing. Das könnte sein, dass es hier ist. So. Hier. Ne, hier können wir direkt zurückgehen. Ach, das ist ein scheißen Dreck. Wir gehen mal hier zurück. Lost Common West. Okay. Alles klar. Tut mir leid, wenn wir hier rumspringen. Aber ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Das steht da nirgends. Geht dort und dorthin. Sondern die machen wir einfach bloß den nächsten Wegpunkt bis zum Übergang. Und das nervt mich ein wenig. Weil das ja irgendwo auch ein bisschen doof ist, ne? So. Jetzt sind wir wo? Und wo müssen wir hin? Und jetzt müssen wir auch bloß da hin. Ist doch auch Käse. Dann kann ich doch gleich... Ach, Mann. Jetzt habe ich mich hier vertan. Jetzt muss ich durch das ganze Gebiet oder was? Ach, scheiße. Ah. Hier gibt es erstmal einen. Welches Level ist denn der Typ? Ja, okay. Die Waffe ist okay. So. Funzt. Läuft. SMG haben wir lange nicht benutzt. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Komm her. Naja. Komm. Stirb, stirb, stirb. Und? 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 Und er stirbt. Tut mir das leid. Das glaubst du gar nicht. Wir gucken nochmal am Klo. Hier gibt es immer Geld. Das ist immer schön. Ich weiß nicht, warum die das ganze Geld herumliegen lassen. Er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Ich sollt ihn darauf ansprechen. Lass mich mal kurz in Frieden freuen. Das nervt mich nämlich tierischst. So, hier kommt gleich wieder dieses Viehzeug. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. So, ihr seid aber 21 und ich bin immer 29. Komm, leg dich hin. Da gibt es nicht. Da ist nicht. Er bringt doch keine Punkte. Elementarschaden. Hier, kommt her. Da. Ich gehe mal hier hoch. Nimm mal hinten rein. Ach, wir machen mal folgendes. Hier, nehmt mal das. Und du nimmst mal das. Ne. Du nimmst mal das. Oder wir machen mal mit der Sniper. Komm, wir sniper mal. Hinten rein. In deinen Po. Ja, genau. So, zum Beispiel. Jetzt bist du verärgert, ne? Jetzt ärgerst du dich. Kleiner Stinker. So, erstmal hier an die Stadt schon. Dass wir das als Punkt haben. Genau. So. Habe ich denn hier eine Möglichkeit? Dann wollen wir mal. Ne. Ich kann ja nicht reisen. Bloß weg hier. Aber wohin? Aber wohin? Aber wohin? In die andere Ecke der Stadt. Erstmal muss ich die beiden hier töten. Den hier. So, der ging mir die ganze Zeit auf den Keks. Der auch und der auch. So. Damit ist dieses Problem jetzt erstmal gelöst. Komm, fahr. Ich muss zu Tennis. Aber wo ist denn Tennis? Ah, da ist eine Stadt schon. Da kann ich reisen. Und zwar nach. Wo war die Tante? Wo war die? New Heaven nicht. Underpass? Rest Commons West? Crazy Earth. Na klar. Die war doch da. Da gehen wir jetzt mal hin. Und hoffentlich ist das richtig hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich glaube. Ja, genau. Wir müssen bloß hier rechts und können uns noch ein Auto mitnehmen. Ja, genau. Das machen wir. Fahrzeug generieren. Fahrzeug in den Fahrzeugsitz. Teleportieren. So. Das war nämlich hier hinten rum. Stimmt's? Ne, es stimmt nicht. Wir müssen zurück. Oh Mann. Ich verfall mich immer hier. Diese Raute, wie mir viele sagen. Oder schreiben. Nimm doch die Raute. Nimm doch die Raute. Ne, hier ist das nämlich lang. Genau. Ich kann mich nämlich erinnern. Hier war Tennis. Weil hier waren diese Rugs. Diese 25er Rugs. Wer kann sich erinnern? Keiner. Das war ja klar. Genau. Hier. Da hängt nämlich schon wieder einer. 24er Futter. Futteräumel. Der stört uns aber im Moment nicht. Und die stören uns eigentlich auch nicht. Die können sich ja behacken. Genau. Und wir machen folgendes. Hoch zu der Hütte. So. Und da ist Tennis. Genau. Chuck. Und wir sprechen mal mit ihr. Hier. Ein weiteres Puzzleteil, meine Gute. Bitteschön. Yes. Wir haben es geschafft. Ach. Mensch, 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 Mensch. Wo war die denn? Ich habe immer nicht gewusst. Underpass. Na klar. Das fiel mir dann so ein. Naja. Gut. Das Set ist jetzt fast vollständig. Und das bedeutet nicht ohne meinen Claptrap. Okay, dann gehen wir Red Claptrap in Old Heaven. Sobald der Kammerschlüssel vollständig ist, führt er uns zum Standort der Kammer. Es fehlt noch ein Fragment. Und meinen Quellen zufolge befindet er sich im Besitz von Byron Flint. Er lebt auf einer riesigen Ausgrabungsstätte in den Sword Flats. Einen Moment noch. Das Tor zu den Sword Flats wird sich erst öffnen, wenn du den dummen kleinen Claptrap Förtner gefunden hast. Meinen Quellen zufolgen wird er in Old Heaven festgehalten, sodass du ihn dort erst befreien musst. Andernfalls werden wir hier festsitzen. Gut. Okay. Old Heaven. Hm. Wo ist denn jetzt Old Heaven? Na, warte mal. Hier ist erstmal auf jeden Fall Geld drin. So. Jetzt sag mir mal bitte, wo Old Heaven ist. Können wir nochmal mit dir sprechen? Nee? Okay. Old Heaven ist wo? Wir gehen jetzt wieder zurück. Halt die Augen offen. Ach, halt die Augen offen, sagst du. Das ist ja niedlich. Komm her. So. Voll. Alles voll. Ach, stirb. An Verbrennungen. Hier. So, wo wollen wir den jetzt lang eigentlich? Hier wieder raus. Oh, ein Geröll hinter uns. Ach nee, das sind wir. So. Spritz dir einen. Und komm, den letzten noch. So, du bist verwirrt. Und du auch noch? Ein EP. Ey, Jungs. So kann ich hier nicht ein Level hochsteigen. Das müsste euch doch klar sein. Okay. Fahrersitz rein hier. Old Heaven. Mal gucken, wo ist denn Old Heaven? Weil der sagt, ich soll da hochfahren. Dann komme ich jetzt nach Rest Commons East. Okay. Ich kann ja nochmal aussteigen kurz und nochmal gucken. Auf dieser New Wee Station, ob es was bringt. Nach Old Heaven. Firestone, Arid Badlands, Skaggali. Ah, das ist der Typ. Arid Lands, Sledge Slave House, Lost Cave, Headstone Mine, Titans. Das ist Arid Badlands, das ist das erste. Okay. Dale Headland. New Heaven. Okay. Das ist Crazy Earls. Das ist Our Yard. Ah, Outer Yard. Okay. Chrom's Canyon. Middle of Nowhere. Is what's coming? Cold Run. Was ist das denn? Okay. Was haben wir noch? Thresh Coast. T-Bone. Under Dome. Okay. Das sagt mir jetzt gar nichts. Das heißt, ich fahre mal lieber den Weg. Ich fahre mal lieber den Weg. Ja. Er sagt ja, wir sollen hier lang. Das machen wir. Und dann kommen wir jetzt nach Rest Commons East. Mal sehen, wo uns jetzt lang schleift. Das wunderschöne Spiel. Mhm. Mhm. Ah, hier ist wieder diese Brücke. Okay. So, ihr Lieben. Wo geht's jetzt lang? Jetzt geht's natürlich wieder an das... Ah, okay. Das kommt mir bekannt vor. So, das heißt, wir fahren jetzt hier rechts. Rechts, rechts. Ups. Wollen wir hier durch? Nee, wir wollen nicht hier durch. Wir wollen da runter. Was ist denn das für einer? Level 23. Ach komm. Den lassen wir in Frieden. Der stört uns ja nicht. Genau. Ey, tut mir echt leid, wenn ich immer wieder auf diese Karte gucken muss. Aber ich verliere ja echt die Orientierung. Hier ist dieser Typ oben. Ich bin natürlich verkehrt, ne? Ich muss da lang. Warte mal. Ich fahr nochmal kurz zurück. Jetzt macht das Sinn. Hier lang. Oh, guck mal. Ein Kühlschrank. Den nehmen wir mal mit. Den Kühlschrank.